Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal zu einem etwas anderen Video. Ich hatte ja zu Beginn des Patches viel Schatzsuche mit euch gemacht in der Zaraleck-Höhle und wir wollen das jetzt mit diesem Video quasi noch zu einem runden Abschluss bringen. Denn ich habe mir gerade die letzte, wie ich vermute, letzte Schatzsuchkarte für Mürrit gekauft. Und wenn wir da jetzt mal schauen, habe ich bei den Erfolgen... Okay, das war irgendwo hier unten, hier unten, hier unten. Schnüffelweiser, nee, das haben wir... Schließt die folgenden Schnüffelsucher-Grabungen mit einem Niffenbegleiter ab, also euer Gewicht in Gold. Das müssten wir jetzt bekommen und theoretisch, glaube ich, müssten wir das hier bekommen. Er gehört ganz mir. Beschafft Salverun, denn dafür muss man diese Uruboros-Tafel mit zig Items kombinieren. Das haben wir bisher gemacht. So, sie ist kurz vor der Vollendung und ein Ding fehlt noch und ich glaube, das müsste jetzt in der letzten Suche kommen. Also, wir gucken da mal rein, spielen das zusammen und ja, einfach mal heute eine etwas ruhigere Ausgabe zum Wochenende. Mir ist auch ziemlich heiß. Und ganz im Ernst, ich muss tatsächlich sagen, diese Schnüffelsuche hat mir echt gut gefallen. Ich weiß nicht warum, aber die Idee dahinter finde ich ziemlich lustig, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe ein paar Druckplatten, aber ich bin alleine. Was sollen wir tun? Gute Frage. Erstmal schmeißen wir den Kolben hier an. Soll er mal schnüffeln. Und wir haben einen kleinen Schatz gefunden. Und da ist eine verfaulene Frucht drin. Perfekt. Ich kann neben dem Metall noch etwas anderes riechen. Okay. Noch ein vergrabener Schatz. Ah, schade. Keine verdorbene Frucht. Das hätte ich mich jetzt... Da hätte ich mich gefreut. Die Stelle riecht nach flüssigem Gold. Begrabene... Oh. Oh, Baby. Begrabene Reichtümer. Also ich muss tatsächlich sagen, von diesen ganzen Mini-Events, die jede Fraktion in Dragonflight mitbekommen hat bisher, fand ich persönlich... Ah, jetzt können wir die Münzen wahrscheinlich nehmen und hier irgendwo draufstellen. War für mich das coolste Feature, wenn ich ehrlich bin. Ah. Okay, Problem. Das war jetzt nicht so smart. Ich habe nicht aufgepasst, woher er hingeschnüffelt hat. Mal flüssigem Gold. Jetzt mal schauen. Eventuell muss ich das Ding nehmen, dass der hier auf so einer Platte stirbt, hätte ich jetzt gesagt. Also man muss halt immer mal ein bisschen mitdenken. Manche Sachen... Manche Sachen... Ja. Nein! Scheiße. Okay, er hat es vor sich gespawnt. Also ein bisschen vor sich. Man muss immer ein bisschen mitdenken. Man kriegt aber ganz witzige Belohnungen, wie ich finde. Und irgendwie... Es ist süß gemacht. Eine gute kleine Nebenaktivität, die gleichzeitig auch noch Nutzen hat, weil man dadurch halt immer Ruf bekommt und so weiter und so fort. Und ich finde, allein das hat sich schon gelohnt, weil... Weiß nicht. Das hat mir sehr oft geholfen bei der Weekly-Quest. Also das... Das war echt... Ach, scheiße. Hier sind ja überall Druckplatten. Dammit. Okay. Hoffentlich. Hoffentlich. Haben wir jetzt genug von diesen Dudes hier noch, dass ich das machen kann. Das wäre nämlich sehr bitter, wenn nicht. Okay, das ist hier gespawnt. Sehr gut. Scheiße. Ich befürchte... Nein. Okay. Also scheinbar spawnen die Dudes immer wieder nach. So wie es aussieht. Weil das wäre sonst echt bitter gewesen. Ähm... Dann hätte ich es nämlich knicken können. Hätte er wieder rausporten müssen. Also wie gesagt... Ich finde, das macht alles durchaus Spaß. Ey, Bruder! Wieso hat er jetzt die Münzen da hinten gespawnt? Willst du mich verarschen? Ich rieche... Ätzend. Okay. Dann nehmen wir halt jetzt hier... Hat er sich vielleicht kurz umgedreht eben nach dem kleinen Dude? Weiß nicht. Das kann ja auch sein. So, jetzt aber. Jetzt haben wir das. Also die drei Dinger sind alle belegt. Hier setzen wir jetzt Merit ab. Tschüss. Du bleibst da stehen. Und joa. Jetzt leuchtet die Tür zwar, aber durch kann ich noch immer nicht. Ach komm, die spawnen das irgendwann. Das ist ja witzlos. Das ist ja witzlos. Aber die Tür geht immer noch nicht auf. So wie ich das sehe. B. Scheuert. Okay, vielleicht weil das auch gerade die Spawned ist. Oh Baby. Also nochmal von vorne. Nice. Okay, ich habe was herausgefunden. Und zwar Spawned das Ding, die Goldnupsis. Nicht beim Tod, wie ich ursprünglich gedacht hätte. Sondern dieser Spell hier. Dieser Münzenschwung macht das. Ha. So viel zum Thema mitdenken. Bin ich richtig gut unterwegs gewesen wieder. Also müssen wir jetzt theoretisch die ganze Zeit warten, bis der das mehrmals castet. Münzenschwung. Come on. Gönn mir. Bums. Ich mache jetzt auch auf alle vier drauf. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Lieber einer mehr als einer zu wenig. So, da kommt der Nächste. Noch mal Dots drauf, dass er dann schneller stirbt. Und dann noch zu dem hier. Regel eine Kammer, Tür geöffnet. Ah, jetzt ist sie auf. Aber ich traue der Sache nicht. Nicht, dass das Ding jetzt wieder zugeht, wenn ich hier abhaue. So, zack. Also, das haben wir geschafft. Sehr schön. Tür ist offen. Dann können wir jetzt hier eine Tasche voller Geheimnisse looten. Und zack. Spuren von Merit. Sehr, sehr nice. Das haben wir. Und. Ha. Schade. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt das Ding drin, um die Uroboros-Tafel zu looten. Tafel der Geheimnisse. Oh, nö. Das ist ja doof. Also, ist das doch noch nicht vorbei jetzt, oder wie? Der ganze Krimskrams. Oder gibt's jetzt noch einen Nachfolgerfolg dazu? Können wir auch mal gucken. Oh, baby, shit. Okay. Also, man muss scheinbar noch weitermachen. Okay, das ist ätzend. Ich hätte gedacht, dass wir damit jetzt hier durch sind. Aber gut, dem ist wohl nicht so. Naja, nichtsdestotrotz. Hat Spaß gemacht. Ich finde diese Dinger immer noch witzig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Schnüffelsuchen so findet. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Und reingehauen.